Willkommen zu einem neuen Video wieder mal bei mir. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, den iOS-Update, was Facebook angeht und wie man das einrichtet zwischen Facebook und Shopify, damit es eigentlich nahtlos übergeht, wenn das iOS-Update aktiviert wird. Laut Facebook schreiben sie schon überall rein, hey, es wird jetzt in Kürze aktiviert, wann genau, weiß jetzt keiner. Aber wenn es aktiviert wird, wirst du kaum mehr etwas tracken können. Facebook hat aber so eine Lösung. Man kann jetzt direkt Facebook mit Shopify verbinden. Man kann einfach ein Maximum der Datenfreigabe herausgeben. Und so kann Facebook auf jeden Fall das letzte Event jedes Mal tracken, auch wenn jetzt jemand das Apple-iOS-Update darin hat. Es wird sicher Missfeier geben, das heißt, es wird wahrscheinlich nicht alles getrackt werden. Aber wir können es den gröbsten Teil, können wir eben umgehen. Das erfordert aber ein paar Schritte, die gar nicht so einfach waren anfangs. Also wenn man sich nicht auskennt, ist es etwas schwierig, wie das funktioniert. Aber deswegen gehen wir jetzt eine 1-zu-1-Anleitung durch. Für alle, die das Video oder mich jetzt zum ersten Mal sehen, weil sie genau nach so etwas gesucht haben, schau doch mal in meiner Videobeschreibung gratis Dropshipping-Kurs mit über 100 Videos. Mega genial, ich habe so viele erfolgreiche Leute, die das mittlerweile machen und eigentlich von den bezahlten Kursen weggehen und nur noch meinen machen. Richtig großes Dankeschön an mein ganzes Feedback, was ich bekomme. Aber machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich starte hier mal mein Screen Monitoring, weil es gibt jetzt die Schritte, werden wir nach und nach durchgehen. Es gibt also vier Hauptschritte, habe ich jetzt einmal mir aufgeschrieben, was wir durchgehen müssen. Sind nicht immer alle so einfach, aber wir werden das dann gleich sehen. So, ich schaue nur kurz, ob mein Audio passt, ist alles an. Das heißt, ich drücke jetzt mal auf Aufnahme und wir sehen uns jetzt einfach in meinem Bildschirm und gehen alles im Einzelnen durch. Wie sieht das aus, wenn du jetzt, sagen wir mal, also du siehst jetzt genau meinen Bildschirm, so sieht das aus, wenn du jetzt hineingehst und meistens, also der größte Teil wird jetzt langsam dieses gelbe Dreieck hier bekommen, mit der Warnung, hey, bereite dich auf die kommende iOS 14 Änderung vor. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, die du hier machen musst. Und es sind einfach vier Schritte, die wir durchgehen müssen. Teilweise etwas komplizierter, aber im Prinzip funktioniert es, wenn man es weiß. Einfach, deswegen diese Anleitung, die wird dir garantiert weiterhelfen. Und er sagt eben, dass ich überprüfe einen Pixel, der keine Conversion Events mehr haben wird. Sobald das aktiviert wird, dann gibt es einfach keine Conversion Events mehr. Ja, aber wir stellen das so ein, damit Facebook weiterhin tracken kann. Er sagt zum Beispiel Pixel überprüfen, dann geht man hier hin, dann öffnet sich wieder ein weiteres Fenster. Das kannst du gleich mal so schließen. Und dann siehst du, er hat schon ein paar Events empfangen, normale jetzt. Aber das sind nicht die, die wir wollen, beziehungsweise sind wir jetzt noch nicht vorbereitet. Hierfür sind ein paar Einstellungen notwendig. Zuallererst, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann gehst du in deinen Werbeanzeigenmanager, also wenn du hier drinnen bist, gehst du auf die Unternehmenseinstellungen. Dann kommst du im Prinzip hier hinein, wo diese ganzen Dinge sind. Deine Unternehmenseinstellung selbst. Das allererste, was wir machen, wir verifizieren die Domain. Das ist wirklich wichtig. Das heißt, du gehst hier auf Brand Safety und dann gehst du auf Domains. So, jetzt habe ich hier eine Domain verifiziert. Ich möchte aber jetzt eine weitere hinzufügen, weil nur dann funktioniert das auch mit Facebook, mit den Tracken und alles drum und dann. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal auf Hinzufügen und ich nehme meine Domain dynamo-deals.com, die habe ich jetzt mit meinem Teststore einfach verbunden und sage, Domain hinzufügen. Du brauchst hier kein www oder sonst irgendwas dazugeben. So, und jetzt steht das eben so hier. Jetzt hast du hier Dynamo Deals nicht verifiziert. Du hast drei Möglichkeiten der Verifizierung. Einen Meta-Tag hinzufügen ergibt dir hier die genaue Anleitung. Im HTML-Abschnitt, im Head deiner Domain-Startseite, fügst du diesen Code hinein oder ein HTML-Upload oder eine DNS-Verifizierung. Mir persönlich ist die DNS-Verifizierung am liebsten, dass je nachdem, wo du deine Domain hast, kannst du das einschneiden. Ich zeige dir das aber jetzt, wie schnell und einfach das geht. Das heißt, er sagte, füge diesen TXT-Datensatz zu deiner DNS-Konfiguration hinzu. Du brauchst hier auch keine Angst, aber du kannst, auch wenn du DNS-Änderungen vornimmst, kannst du das auch immer wieder löschen. Das heißt, ich mache das TSE einfach. Ich drücke jetzt hier einmal inzwischen Ablage kopieren. Gehe zu IONOS. Das ist im Prinzip meine Domain-Anbieter, wo ich alle meine Domains hole. Ich kann das wirklich empfehlen, jeden IONOS. Die haben so guten Kundensupport und, und, und helfen auch immer weiter. Jetzt habe ich hier die Domain Dynamo Deals. Klicke hier auf Einstellungen und gehe auf DNS. Wenn ich hier jetzt drin bin, gibt es gar nicht so viel zu tun. Ich gehe nur auf einen Record hinzufügen. Jetzt haben wir ja vorher gesehen, er sagt mir, ich soll einen TXT-Datensatz hinzufügen. Das mache ich hier. Und der Wert ist eben genau das, was ich hier kopiert habe. Ich muss nochmal schauen, wo waren wir? Hier, hier. Das ist dieser Wert, den ich kopiert habe. Und er sagt, gib im Feld Host ein Add ein. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück. Der Hostname ist das Add. So, und den Rest lassen wir so. Der Wert ist einfach nur das, was wir vorher von drüben kopiert haben. Dann drücken wir auf Speichern. So, und der wurde erfolgreich hinzugefügt. Und jetzt drücken wir hier auf Bestätigen. Und du siehst, der Dynamo Deals wurde erfolgreich bestätigt. Das heißt, Domain ist verifiziert. Das war jetzt Schritt 1. Ganz simpel, ganz einfach. So, Schritt 2. Was wir jetzt machen. Jetzt hoffe ich, dass ich das auch richtig angehe. Also wir müssen ja den Pixel einrichten. Das nächste ist, gehen wir jetzt einmal zu den Pixeln. So, ich bin ja jetzt beim Dynamo Shop Pixel. Und den musst du natürlich in die Zwischenablage kopieren. Sofern du ihn noch nicht eingerichtet. Du wirst deinen Pixel schon drinnen haben. Dann gehen wir zurück in meine Test-Store. Dann gehen wir auf Online-Store auf Preferences. Bei dir wird das Konfiguration heißen, sofern du auf Deutsch hast. Und dann habe ich hier den Pixel eingefügt. Solltest du dieses Feld hier nicht haben, steht bei dir automatisch Setup Pixel. Das ist eben das, was wir jetzt einfach mal kurz tun. Wir klicken jetzt hier hinauf. Und dann installiert sich diese Facebook-App als neuer Sales-Channel. Das wird halt hier links, wo Online-Store steht, hast du darunter dann Facebook stehen. Solltest du das schon haben, dann tu mir einen Gefallen. Dann gehst du auf Settings, auf Sales-Channels. Und dann hast du hier darunter noch Facebook. Dann löscht du vorab einmal Facebook. Und danach addest du den neuen Sales-Channels hinzu. Im Prinzip können wir das jetzt auch so machen. Ich füge den jetzt hinzu, den Sales-Channel. Es ist dasselbe wie beim Pixel 4. Das Setup Facebook und das Setup Pixel ist genau dasselbe. Du siehst hier, wir sind wieder auf der Seite wie vorher. Und wir sagen natürlich, ja, Update Sales-Channels. Was wir jetzt machen, also du könntest natürlich Step 1 und Step 2 auch machen. Da geht es einfach nur darum, dass du über Facebook direkt verkaufen kannst. Dann hast du wie so eine Art Facebook- und Instagram-Shop. Kannst du in der Nachhinein auch machen. Wichtig, was wir jetzt wirklich für uns wichtig ist, ist der Facebook-Marketing. Create free and paid ads on Facebook. Das heißt, du klickst hier auf Start Setup. Dann kommt dieses Feld hier. Und hier geben wir die Freigabe für Facebook ein. Das heißt, du klickst auf Connect Account. Dann gibst du einmal dein Passwort ein. Ich hoffe, das passt jetzt. Oder habe ich einen Fehler eingegeben? Nein, das funktioniert. Als manuell fortfahren. Dann wähle aus, was du genehmigst. Im Prinzip kannst du das verlassen. Wir lassen natürlich alles darin. Dann macht er den Business Manager auf. Er fragt dich jetzt, welches Unternehmen willst du nehmen? Also welchen Werbe-Account? Wir nehmen K-Marketing. Ist in meinem Fall das Richtige. Und dann fragt er dich noch, welcher Ad-Account? In meinem Fall ist es KVNR10, den ich anbinden möchte. Und dann fragt er mich noch, welche Facebook-Page möchte ich denn gerne anbinden? Und in meinem Fall ist es natürlich Dynamo Deals. Das wäre diese Seite auch. Er braucht jetzt nur etwas. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, sollte das so sein wie bei mir jetzt, dass es einfach ewig lang dauert, dann aktualisiere einfach mal die Seite. Ich weiß, dass Shopify mit Facebook noch immer ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also Schwierigkeiten. Es hängt halt alles noch ein bisschen. Es läuft noch nicht so flüssig. Aber du siehst, jetzt geht es. Jetzt fragt er dich noch, welches Land ist dein Targeting-Land? Wir sagen jetzt einfach mal Deutschland in dem Fall, wie auch immer. Dann akzeptieren wir die Terms of Conditions. Finish Setup. Und dann ist das erledigt. Got it. Also so weit sind wir jetzt einmal korrekt. Und das ist das Wichtige. Und wenn wir jetzt gehen auf Settings, haben wir hier die Data-Sharing-Settings. Und hier kannst du mal reinschauen. Hier musst du hineingehen, dass du nochmal, der Overview ist hier. Und du musst hier dann auf Settings gehen. Und das ist der wichtige Punkt. Du musst dann hier nämlich auf die Data-Sharing-Settings gehen. Und die sind die wichtigen, dass du das hier auf Maximum setzt. Das ist der wichtige Punkt, den du machen musst, damit Facebook weiterhin alles tracken kann. Auch nach dem iOS-Update. Und wenn du das machst, kriegst du auf Confirm oder bei dir im Prinzip Bestätigen. So, und das ist jetzt erledigt. Jetzt haben wir das erledigt und das hier eingerichtet. Das war ein weiterer Schritt. Jetzt verbinden wir Facebook mit Shopify über eine weitere Freigabe. Das heißt, wir gehen nochmal hier jetzt zum Werbeanzeigen-Manager, so wie du das hier gesehen hast. Im Ressourcen-Bereich kommst du dann nochmal über Pixel überprüfen, beziehungsweise wenn du hier raufklickst, kommst du dann in diesen Events-Manager hinein. Du siehst, wo das auch ist, Datenquellen hier hinein und dann nimmst du den Pixel, den du brauchst. Weil wir haben ja diesen Pixel angebunden. Und jetzt wollen wir sagen, dieser Pixel soll diese Events ja an Facebook schießen. Und jetzt sind wir mal hier weit drinnen. Das heißt, du gehst auf Einstellungen, wenn du hier darin bist. Also das wäre die Hauptseite, wo du drinnen bist. So wird dir das vorgeschlagen. Dann gehst du auf Einstellungen. Ich mache das hier nochmal ein bisschen kleiner. Und dann hast du hier nochmal ein paar Daten dazu. Und dann scrollst du bitte so weit hinunter. Du siehst ja auch, mit was es verbunden ist, mit welchem Werbekonto, wer es erstellt hat und, und, und. Und dann gehst du auf die Conversion-API. So weit scrollst du runter und dann klickst du bitte auf Partner einrichten. Also wir tun einen Partner auswählen. Das ist nämlich das, was Facebook jetzt ermöglicht. In dem Fall nehmen wir Shopify. Und er fragt dich, hey, Shopify-Konto mit Anweisungen und Anleitungen hineingeben. Das heißt, ich klicke jetzt einmal drauf, nur dass du es nochmal siehst. Da gibt es eine Anleitung von Facebook, wie das genau funktioniert. Und dann siehst du eben, diese fügst du den Shopify-Pixel in den Shopify-Adding-Bereich hinzu und, und, und. Dann ist das, du wählst in der Datenfreigabe Maximum-Aufthör. Aber, das ist das Wichtige, um die Daten für die Conversion-API zu senden. Das ist alles das, was ich dir jetzt gezeigt habe. Und dann sagst du, ich habe die Einrichtung in Shopify abgeschlossen. Klickst auf Weiter. Bitte überprüfe, ob dein Pixel richtig funktioniert. Der ist aktiv. Wie man hier sieht, gehst du nochmal auf Weiter. Und dann sollte das jetzt eigentlich passen. Wir machen Events-Testen. Deine Events-Invents-Manager überprüfen. Klicken wir einfach mal rauf und schauen, wie was passiert. Okay. Genau. Dann kommst du hier hinein. Und die Web-Konfiguration ist ganz wichtig. Das heißt, du gehst dann hier auf deine Domain, die verifiziert ist. Das findest du im Events-Manager, in dem Bereich der Web-Event-Konfiguration. Das ist ganz wichtig, weil hier musst du deine Events manuell nochmal hinzufügen. Das heißt, du klickst hier drauf und sagst Events verwalten. Und dann sagt dir, okay, möchtest du Events bearbeiten? Es kann sein, wenn du jetzt aktuelle Ads laufen hast. Also jetzt funktioniert es noch. Aber sobald Apple die Änderung vornimmt, werden deine Ads auf jeden Fall 72 Stunden gestoppt. Außer du machst das jetzt, was ich dir zeige. Und das ist eben das Wichtige. Das heißt, wir klicken auf Bearbeiten. Und wir haben leider noch gar kein Event. Aber das ist klar, das ist noch mein Test. Das heißt, wir geben ein Event zurück. Wir suchen dann den Pixel hinaus, den wir wollen. Und dann sagen wir, okay, wir wollen unser wichtigstes Event ist kaufen. Wertoptimierung kannst du machen, ja. Wenn du möchtest, das sind Wertoptimierungskampagnen. Das heißt, Facebook sucht die Leute, die am meisten Geld bei dir ausgegeben haben. Das wäre mal das eine. Das heißt, wir klicken einen weiteren hinzu. Und die niedrigste Priorität beim Dynamo Shop Pixel wäre zum Beispiel, jetzt sagen wir, Content ansehen. Dann fügen wir wieder ein weiteres Event hinzu. So, und das geht halt immer so weiter. Und dann sagen wir jetzt einen Kaufvorgang starten, ist zum Beispiel einer. Du, keine Sorge, du kannst das hier dann verschieben, ja. Dann fügen wir wieder einen hinzu. Dann sagen wir, was ist noch ein sehr guter Event, ist, ja, in den Einkaufswagen hinzufügen, hier. Das wäre der eigentlich nach dem Content ansehen. Dann haben wir noch ein Event, was wir hinzufügen können. Zahlungsinformationen zum Beispiel hinzufügen. Auf die Wunschliste Regulierung abschließen. Ja, du kannst hier ein paar machen. Ich nehme hier nur die wichtigsten. Für mich wäre eben die wichtigsten noch Zahlungsinformationen hinzufügen. Kann man noch machen. Das wäre in dem Fall so. Und dann sage ich, klicke ich jetzt auf Senden. Ja, ich verstehe diese Änderung. Er sagt das eben alles nochmal. Dann sage ich auf Übernehmen. So, und jetzt wurden die Events übernommen. Und jetzt ist die Domain verifiziert und hat diese Events eben drin. Und jetzt gehen wir zurück und sagen jetzt auf Fertigstellen. So, und das war eigentlich der ganze Trick, der hier herrscht. Wie du hier siehst, hat er jetzt diese Events drinnen, was wir vorher eingerichtet haben. Events testen kannst du natürlich auch machen. Du kannst diverse Webseiten öffnen und kannst schauen, ob es funktioniert. Du siehst hier auch eine Fehlerdiagnose. Das heißt, er würde dir sagen, ob es irgendwo ein Problem gab. Aber, das heißt, wir werden das einfach einmal machen. Wir gehen jetzt hier auf den Nano Deals. Deals.com. So, schauen wir mal. Wir machen jetzt ein Shop Now. Wir klicken in Add to Cart. Ein Checkout. Wir gehen hier nochmal zurück. Wir schauen sich nochmal das Ding an. Wir schauen sich vielleicht die FAQs an. Wir gehen nochmal auf Home. Und eigentlich sollten wir jetzt, also jetzt haben wir ein paar neue Events und er sagt dir, ob es irgendwelche Fehler gibt oder nicht. Nein, gibt es nicht. Er wird dir jetzt sagen, dass er hier, wie du siehst, Page View hat ein paar neue Events bekommen. Und es gab aber aktuell auch keine Fehler. Und das war es eigentlich. Diese Dinge musst du genauso umsetzen, damit dein Conversion API mit den ganzen Dingen funktioniert. Und wenn du jetzt zum Ressourcenbereich gehst, nochmal, also wir sagen jetzt, wo war denn das? Wir sind hier drinnen. Kannst du hier sagen, hey, das ist für mich erledigt. Dann klickst du hier auf erledigt und Sache erledigt. Was für ein Reim gerade. Und hier kannst du auch sagen, solltest du automatische Regeln, also die wenigsten Leute arbeiten mit automatischen Regeln. Ich kann dir kurz zeigen, was das ist, falls das interessant für dich ist. Du kannst nämlich einstellen, wenn eine Anzeige gut läuft, falls der ROAS hier in meinem Fall, habe ich eingegeben, über 2,5 ist, kann er das Tagesbudget um 100 Euro erhöhen. Oder Anzeigengruppe deaktivieren, falls das Ergebnis Kosten pro Kauf größer als 80 Euro ist und der Return on Ad Spend unter 1,4 ist. So habe ich früher auch gearbeitet, dass automatische Regeln macht. Das im Prinzip brauchst du das jetzt nicht. Das heißt, das kannst du sagen, habe ich erledigt. Das könntest du dann auch sagen, habe ich erledigt. In dem Fall jetzt nicht, weil das ist ja nur als Test gewesen. Aber das war es, Leute. Genau das musst du machen, damit du offiziell für iOS gerüstet bist. Und das ist nicht mehr, es klingt am Anfang vielleicht kompliziert, aber mach diese Steps genauso, wie ich möchte. Ah, wieder ein langes Video. Aber es ist ein unglaublich wichtiges Video. Du findest selten momentan Updates oder genaue Einrichtungsvideos dazu. Ich habe mit einem Marketing-Experten gesprochen, der hat mir das alles zukommen lassen und hat gesagt, genau so müssen wir das machen. Er hat mir Anleitungen gegeben, weil es hier eben so viele Probleme aktuell noch gab, was der Einrichtung angeht. Das war es aber jetzt schon wieder. Das Video hat dir hoffentlich gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren, sharen, teile das mit all den Leuten, die vielleicht auch Dropshipping machen und das noch nicht durchgeführt haben oder nicht wissen, wie es funktioniert. Und kommentiert vielleicht, was das Zeug hält, damit ihr den Algorithmus von meinem Kanal pusht und ich endlich mehr Leute erreiche. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020